So, jetzt wird es mal eine Weile dunkel. Immer noch kein Leuchten. Immer noch kein Leuchten. Ah. Ah. Nein. Nein. Na, erstmal looten. Können wir die Taschenlampe nehmen dafür? Ja. 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 Oh, das ist... Ja. 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 Ich will Concentration. Komm, muss doch bald sein. Wow. 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 Ah, das ist der Schildkatzen. Nice. Geh nochmal schnell hier runter. Kann nur sein, dass ich hier verbrenne. Ne, ob hier was ist. Ne, hier kann man nicht. Ne, das ist alles unter Strom. Das machen wir lieber nicht. Ne, nochmal schnell trinken. Schnell was essen. Zack. So, nochmal vollstärken hier. So, dann werden wir bestimmt den Staudamm verlassen. Dann... ... ... ... ... Was war das? Was haben wir hier? Hallo? Okay. Also das verbrennt mich, das weiß ich schon. Oh mein Gott. Oh, ein Wolfi. In Wolfi. Oh mein Gott. Krass. Jetzt müssen wir hier den Damme erkunden oder was? Gibt es hier denn Wölfe? Ja. 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 Ich bin ein bisschen angespannt, ehrlich gesagt. Ich finde das voll krass hier. Hallo, ist da wer? Hier ist nichts. Ja, muss ich es anmachen, weil hier sieht man überhaupt nichts. Oh, Lampenöl. Sehr gut. So, hier waren wir ja drin gewesen. Uff. Aber wie lange geht denn die Episode? Muss ja nicht aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo durchrenne. Ich nehme mal kurz schnell das hier. Ich nehme mal kurz. Und hier ist nichts. Rennen kann ich sowieso nicht. Hast du es nicht krass gemacht, Terror? Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da anmachen Ne, falsch Ne, falsch Ja, wenn das jetzt ein bisschen dunkel ist bei YouTube, aber ich muss die Taschenlampe immer aufladen lassen Puh Hä? Hä? Wie kommt man da lang? Achso, da kann... Muss man dann da runterklettern, oder wie? So, warte mal, ich gucke, ich muss da runterklettern Ja, mein Fehler Ich glaube, ich muss da runterklettern, oder? Das ist, glaube ich, die einzige logische... Ja, oder? Hm Hm, überladen Da haben wir's nämlich Da haben wir's nämlich Und dann war ich's nämlich Okay, ich bin der Da ist Da ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017